Ja, hallo ihr Lieben. So, ein bisschen leiser. Hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, Beziehungscoach und ist noch im Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe heute wieder als Premiere. Und Thema heute ist eine E-Mail, die ich bekommen habe, die hieß Liebeschipp in den Zeiten von Sand-Corona, na nicht Sand-Corona, von Corona. Und genau, es geht um die Rückfallgefahr in toxische Beziehungen. Jetzt in diesen Zeiten, ansonsten hoffe ich, euch geht's gut, freue mich immer, von euch zu hören, hier in den Kommentaren, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Und genau, ich habe das Gefühl, einerseits sind die Leute gerade, muss ich mal sagen, wenn man so ein Supermarkt geht sehr, also die Leute sind sehr aufmerksam, finde ich. Man wird, also ich bin beim Joggen viel gegrüßt und diese Sachen. Andererseits finde ich aber auch, also zumindest im Internet wird der Ton so rauer, finde ich. Also da prallen die Meinungen aufeinander, dass man sich schon manchmal fragt. Ich frage mich ja manchmal, was macht das mit der Meinungsfreiheit hier, die ganze Sache so. Also hoffe echt, dass das irgendwann alles vorbei ist und wieder so läuft wie vorher. Ich finde es schon echt spannend, sagen wir mal so. Ja, aber schreibt gerne auch, wie es euch so geht. Ansonsten, nächste Woche geht ja Selbstliebe-Challenge-Advance los, hervorragende Ablenkung. Auch wenn du die Basic noch nicht gemacht hast, also da kann man sich so richtig reinknien, irgendwie ein Feed für sich machen in dieser Zeit. Und es geht ja auch los wieder, der Ex-Detox-Kurs, der ist noch ein bisschen lockerer. Ja, gut, eine Mail von H. Lappalla und sie schreibt, Hallo, ich hatte gerade eine Themenidee für ein Video, das sicherlich einige betreffen und interessieren könnte. In Krisenzeiten ist man laut Hemmschi, ist das jetzt eigentlich offiziell ein Name für mich scheinbar, aber ist okay, hieß ich früher auch immer, besonders anfällig für Wiederaufnahme mit dem Tox-Ex. Als Beispiele wurde früher angebracht, Todesfälle, Bewerbung abgelehnt und so weiter. Bei mir war es in beiden Fällen genauso, beim Tod meiner Mutter und als bei einer sehr ausrichtsreichen Bewerbung die Stelle doch anders besetzt wurde. Damals wusste ich noch nichts von einer besonderen Vulnerabilität in diesen Situationen. Ja, also gut, so eine Situation wie jetzt hatten wir ja noch nie, aber jetzt, also so, sag ich mal, wenn ich das jetzt so trocken beurteilen müsste, würde ich sagen, ja, Rückfallgefahr ist gerade sehr hoch. Warum? Weil ja so eine toxische Beziehung wie eine Droge ist. Und wenn man ein Drogenthema hat, also wenn ich jetzt, ich denke auch, dass, weiß nicht, jetzt Alkoholiker oder sonstige Suchtthemen momentan Gefahr darstellen, weil, ja, was macht eine Sucht? Die betäubt eine Angst irgendwie, ne? Und, oder andere unangenehme Gefühle. Und, äh, da wir ja wissen, dass toxische Beziehungen das perfekt, also nicht, dass sie nicht tausend neue Probleme ausfüllen, das wissen wir ja, aber sie sind, ähm, erst mal, in, in, vor allen Dingen in so Love-Booming-Phasen oder Wiederaufnahmephasen, äh, sind sie natürlich ein, äh, wunderschönes, äh, oder ob es jetzt so schön ist, dahingestellt, aber ein sehr effektives Pflaster und, äh, erfüllen diesen Zweck, den eine Droge erfüllt. Und von insofern, äh, und gerade wenn man frisch im toxischen Liebeskummer ist, sehe ich da die Gefahr sehr groß, ne? Heute bin ich an Tag 79 in der 100-Tage-No-Contact-Challenge. Ja, ich empfehle ja immer die 100 Tage, ne? Und was sehe ich auf meinem Handy, das leider auch die Anrufe von blockierten Anrufern anzeigt? Was ist das für ein Handy? Also ich kenne ja nur iPhone, da ist es nicht. Ist das bei Android so, oder, ähm, gestern drei Anrufe vom Tox-Ex. So muss es sich anfühlen, wenn ein trockener Alkoholiker vor der Schnaps-Fräuline sitzt. Ja, genau so. Herzklopfen, Handy weit weggeschoben und die Wohnung geputzt. Raus kann ich wegen Immunschwäche nicht. Also vielleicht mal thematisieren, dass wir Süchtigen, dass wir Süchtigen dieser Zeit besonders rückfallgefährdet sind. Ja, also ist definitiv so. Ähm, und ich halte das für sehr unglücklich. Also wenn ihr irgendwie eure Handys und E-Mail-Accounts so programmiert bekommt, dass ihr einfach nichts zu sehen kriegt. Weil das ist so, ähm, so ätzend, wenn man da noch im, ähm, ja, im Erzug ist, ja, mehr oder weniger. Und dann, selbst wenn man, ähm, keine ganzen Nachrichten bekommt, allein so einen Anruf zu sehen, eine schöne Zumutung dann. Und, ähm, ja, also versucht es irgendwie, ähm, so zu machen, dass ihr da wirklich gar nichts von mitkriegt. Also, es ist wirklich, also, effektives Blocken und, äh, Blocken und Wegschieben ist wirklich, ähm, das sinnvollste in diesen Situationen. Und immer wieder, ähm, ich meine, letztlich ist auch die Frage, wie gut ist eure Shitlist? Also wenn ihr eine gute Shitlist habt, die wirklich, äh, prägnant nochmal, äh, alle haarsträubenden Situationen, ähm, dokumentiert, die ihr hattet, sollte es eigentlich nicht so große Probleme oder kleinere, oder es sollte euch helfen, nicht in den Rückfall zu gehen, weil dann sollt ihr wirklich denken, ey, oh my fucking God. Nee, da will ich bestimmt nicht wieder rein, so, ne. Weil man kann, also auch diese Rückfallgefühle, ähm, sind ein Ausdruck von bestimmten Gedankenstrukturen. Also wenn ich, äh, alles, so, wo ich den Ex auf ein Podest stelle, ähm, hier gezielt nur irgendwelche Lovebombingphasen ins Gedächtnis rufe, äh, denke, ja, Gott, wenn sie so bald sterben und dann lieber nochmal einmal, äh, schönen toxischen Sex oder irgend so ein Kram, ja, dann, dann generiere ich mehr Rückfallgefühle, ne, als wenn ich so ganz nüchtern bin und sage, ah, ich gucke nochmal auf meine Shitlist, äh, betrogen, belogen, äh, keine Ahnung, äh, Lügen verbreitet, äh, hinterm Rücken über mich gehetzt, ähm, ähm, Schmutzgeschichten, ähm, äh, was weiß ich, vor meinen Nasen geflirtet, äh, angelogen, ja, dann sollte ich ja eigentlich da hinkommen. Boah, da, ähm, ähm, das wird sich ja jetzt nicht geändert haben, Entschuldigung hat es auch nie gegeben, ähm, was, was, was wäre jetzt anders, ne, so. Also, aber letzten Endes ist es natürlich auch wichtig, ähm, also eine Entscheidung zu treffen, dass man sagt, ja, ich will es wirklich nicht mehr, ne, weil, also wenn man jetzt irgendwie sozusagen noch denkt, und ich brauche noch so diesen Thrill und diese, äh, Tadaa und Achterbahn und da habe ich noch nicht genug von, ja, dann ist es so, ne, da muss man es halt weitermachen, ne. Ja, gut, dann, ähm, wünsche ich euch noch einen nicen Abend und, ähm, wir werden uns mal wieder. Ja, gut, dann, ähm, wir werden uns mal wieder.